Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Säure Daudinate und ihr seht schon, es ist wieder Zeit, es ist einmal vorbei und wir haben ein neues Paket bekommen und zwar wieder mal die Luchess ist wieder am Start. Ja, vielen Dank an die Freunde von Luchess, es hat mich wieder mal sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr mir ein Paket zugesendet habt. Natürlich, ich habe es immer noch nicht gekündigt. Ich werde es auch nicht in der nächsten Zeit kündigen. Ähm, ja, machen wir es gleich auf. Noch kurz dazu, das Paket ist größer als sonst. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe es in die Hand genommen und es war einfach nur auch schwer. Es ist über ein Kilo schwer. Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, was darin vorkommt. Aber sparen wir uns die Worte. Wir schauen direkt mal rein. Wie gesagt, vielen Dank, Luchess, dass ihr mir das Paket wieder zugesendet habt. Hat mich sehr gefreut. In letzter Zeit, irgendwie war die Zeit von letzten Monat zu heute tierisch lang. Also irgendwie war es sehr seltsam. Oh, und sie ist prall gefüllt, Leute. Sie ist richtig prall gefüllt. Oh, shit. Ich habe auch kaum Platz hier auf dem Scheiß-Tisch. Sie ist größer als sonst. Sie ist richtig größer als sonst. Ach, wie soll ich denn das am blödsten machen, ohne dass ich irgendwas umreiße? Geht das so? Ich muss gucken, sonst reiße ich nämlich wieder die Kamera weg oder so. Das sieht doch gut aus. Das passt doch so, oder? Das ist aber weg. Okay. So, da haben wir die gute Luchess. Die Description-Box ganz weit oben. Lass mich daraus vorlesen. Hey-ho, Looter. Hier kommt dein monatliches Geschenk hereinspaziert. Unsere Loot-Chest von Fans für Fans hat wieder die perfekte Begleiter für echte Nerds im Gepäck. Wir wissen, was du brauchst. Ob ein Item zum neuen Kino-Blockbuster, Gardens of the Galaxy oder ein nortastisches Kissen. Hier ist alles dabei. Also, worauf wartest du? Jetzt looten. Ja, wir legen auch gerade los. Ich lege das mal beiseite. Da kümmern wir uns wieder später drum. Und wie wir sehen, wir haben, das ist ein schöner Sticker von Pummel-Einhorn. Ich glaube, das ist eine zweite Sparte von Loot-Chest. Und zwar, da gehört dieser Start-up Pummel-Einhorn. Und das ist ein ziemlich gutes Start-up. Kommt verdammt gut an. Mir gefallen auch die Sticker, ganz ehrlich. Also, das Einhorn ist schon richtig lustig. Das ist ein cooler Sticker. So, und was haben wir hier wieder Schönes? Alien Eggs. Alien Eggs. Zwei Alien-Eier zum reinhauen. Ich weiß gar nicht, was auch gerade das Thema war. Warte mal, was war denn das Thema? Was war denn das Thema? Weiß es gerade gar nicht, was das Thema war. Schauen wir mal später noch rein, was denn das Thema jetzt eigentlich war. So. So, was haben wir hier? Marvel Missions Trading Card Game. Also, ein kleines Trading Card Game zum Aufmachen. Können wir natürlich auch gerade mal noch schnell aufmachen. So. Ich mach das mal auf die Seite. So, und da haben wir gerade Nick Fury als Trading Card Game. Also, als Trading Card. Trading Card. Sammelkarte. Jane Foster und Darcy Lewis. Adi. Ja. Aus Thor. Äh, Quicksilver aus... Äh, scheiße. Was war es denn noch? Civil War, glaube ich war es doch. Oder aus dem Vorgang von Civil War. Der, der dann gestorben ist. Nebula. Und aus Doctor Strange. Die älteste in Silber. Jo. Ich mach mir nicht viel aus Trading Card Games. Das ist einfach ein... Macht mir nicht so fange. So, was haben wir hier? Da steht schon mal drauf. Guns of the Galaxy Volume 2. 7 mal 140 Zentimeter Badetuch. Machen wir es auf. Ist jetzt natürlich auch ein wenig groß. Also, wir sehen hier, dass wir nichts sehen. Also, hier ist auf jeden Fall mal das Motiv drauf. Guns of the Galaxy. Aber ich kann es gar nicht so weit ausbreiten. Dafür ist der Tisch einfach zu klein. Aber es ist ein schönes Handtuch. Kann ich vielleicht mal ins Fitnessstudio mitnehmen. Und auch mal an den Strand. Wenn ich mal wieder in der Karibik unterwegs bin. Nehmen wir mal das auf die Seite. So, was haben wir denn da noch? Gucken wir jetzt gerade mal, was noch so oben drauf liegt. Da liegt jetzt gerade noch das... Ein Glas. Und zwar zum neuen Film von Pirates of the Caribbean. Salazar's Revenge. Oder Salazar's Rache. Ein Trinkglas. Mit... Was haben wir denn da drauf? Machen wir es schnell auf. Das war eh schon so halb... Halb geöffnet. Jo, mit dem Totenkopf vorne drauf. Also, das Symbol vom neuen Film. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn vielleicht angucken, den Film. Aber ich weiß nicht, wie lange sie da eben noch die Filme... Also, wie lange sie da noch so Filme darüber machen. Weil, ich weiß nicht. Entweder wollen sie das Franchise wieder ausschlachten. Wie bei jedem anderen guten Streifen. Oder ich weiß auch nicht. So, das nächste ist ein T-Shirt. Was ich natürlich jetzt auch in letzter Zeit bemerkt habe, ist, dass weniger Popfiguren kommen. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe es eigentlich größtenteils wegen den Popfiguren eigentlich geholt. So, was haben wir denn da? Mushroom Kingdom Munitions. Pervorary of the finest Power-Ups since 1985. Mit dem... Wenn es mich enttäuscht, Bowser vorne drauf. Ich bin kein Mario-Fan. Also, ich habe sehr selten Mario gespielt. Ich habe noch das Mario auf der NES, glaube ich, gespielt. Glaube ich. Also, das ist schon extremst lange her. Ja, da war ich vier Jahre alt oder fünf Jahre alt. Naja, schönes T-Shirt auf jeden Fall. Dankeschön hier mal für dieses schöne T-Shirtchen. So, was bringt uns da noch ins Auge? Nochmal. Oder, was ist das? Ein Kissen. Hochgradig verschweißt. Da werde ich ein bisschen länger dafür brauchen, das auszupacken. Auf jeden Fall sieht es aus nach Assassin's Creed. Ich habe da so eine versteckte Klinge gesehen. Juhu. Es ist ein Kissen. Mit der versteckten Assassin's Creed Klinge. Was steht hier drauf? Assassin's Creed Konturenkissen. Für was? Direkt für meinen Arsch. Für meinen dicken, prall gefüllten Arsch. Aber ein Kissen kann man immer gebrauchen. Ich bin ja, seit neuestem bin ich auch wieder mal auf Lampartys aktiv unterwegs. Also, gerade in Baden-Württemberg und so. Ähm, und da ist ein Kissen eigentlich sehr, sehr gut, wenn man seinen eigenen Stuhl nicht mitnehmen kann. Weil ich habe nur ein kleines Fahrzeug und da passt leider mein schöner Leitstuhl, Leitstellenstuhl. Also mein dicke, fette Chess, das passt da einfach nicht rein in die Karre. Juhu, kann man sich gerade mal draussetzen. Also irgendwie passt, passt mein Arsch nicht auf diese Konturen drauf. Ah, ja. Müssen wir einsetzen, nicht? So, dann, was haben wir da noch? Ich sehe es schon. Das ist ein Shooter-Spezial. Weltexklusive Enthüllung Call of Duty World War II. Moment, da sage ich jetzt gleich was dazu. Ich tue jetzt noch schnell das Paket weg. In dem Paket ist nichts mehr drin. Da kann man es nämlich wegstellen. Wupp, lernen fliegen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Computer-Bild-Spiele mit zwei DVDs. Mega-Abenteuer auf Heft-DVD, Lost Horizon 2, Moorhuhn-Piraten, Gone Home und ein bisschen was zum Lesen, so wie das aussieht. Sehr schön. Ich habe schon lange mal wieder eigentlich vorgehabt, mir mal wieder irgendein PC-Heft zu holen, einfach damit ich ein bisschen mehr informiert bin, was jetzt gerade zur Zeit so an Gameshub geht. Ihr wisst ja, mein Kanalthema ist natürlich Let's Plays, beziehungsweise Gaming pur. Also ich bin ja ein krankhafter Zocker eigentlich. Ich habe ja jetzt sogar noch einiges am Laufen. Und ich komme fast nicht nach. Und jetzt ist sogar noch Battlefront dazu gekommen. Also Players Unhows, Battlegrounds. Habe ich gerade Battlefront gesagt? Battlegrounds meine ich. Battlegrounds ist noch reingehutscht. Ich habe ein paar Kollegen ausgekramt, mit denen ich dann natürlich daddeln kann. Rundfunkrechte, Game Over für Let's Player, das ist ein interessantes Thema zur Zeit. Und zwar kommen jetzt langsam die ganzen, kommt der Staat jetzt und will im Prinzip Geld. Lizenzen will er uns aufdrücken, die kosten Heiden Geld. Und sie gehen davon aus, dass YouTube im Prinzip sowas wie ein Fernsehprogramm ist. Oder zumindest machen die großen YouTuber Programme wie richtige Fernsehprogramme, das Leute unterhält. Und das fällt dann unter. Medien schießen mich totgesetzt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau. Aber so in der Richtung fällt es auf jeden Fall. Das heißt, die müssen sich eigentlich eine Lizenz besorgen, damit sie das ausstrahlen dürfen. Und ja, müssen sie blechten dafür. Ich weiß nicht, ob das richtig nett ist. Das ist einfach, weil die Gesetze noch aus der Steinzeit sind und nicht den aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Und deswegen sind sie auch ziemlich schwammig formuliert und in ziemlichen Grauzonen eingereicht. Im Prinzip fehlt da noch ein Gerichtsurteil und dann muss man im Prinzip schauen. Aber da muss erst jemand einen dicke Batzen Geld aufnehmen und dann mal den Anwalt bezahlen, der sich darum kümmert. Damit das Urteil im Prinzip gesetzeskonform ist. Also, dann kommen wir mal zum Fazit. Mir hat es sich sehr gefallen, die Lootbox. Schön dick gefüllt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, dann kommen wir gerade zur Lootchest Geek Subscription. So, das haben wir ja schon vorgelesen. Wird ja natürlich immer wieder monatlich in YouTube vorgestellt. Ich werde natürlich das Video verlinken mit Lootchest auf Twitch oder schieß mich tot, vielleicht auf Facebook. Twitch bin ich besser am Laufen als auf Facebook. Deswegen, äh, Twitch, was ist das? Labe ich Twitch? Ich meine Twitter. Twitter meine ich. So viel. Ich habe sogar mehr Twitter-Follower als Abonnenten auf meinem Kanal. Das ist dann halt schon ziemlich traurig. Aber egal. Wer ist denn das? YouTuber Daddlzeit. Aha. Okay. Daddlzeit. Kreativ. Was haben wir denn da noch? Also, gehen wir gerade über. Also, wir haben das Mushroom Kingdom T-Shirt für 14,95 Euro. Also, knappe 15 Euro. Das Fluch der Karibik Trinkglas mit 10 Euro. Sind wir dann schon so bei 25 Euro. Das Guardians of the Galaxy Handtuch mit 20 Euro. Das heißt, wir sind jetzt bei... Oh, fuck. Jetzt muss ich mal wieder Kopf rechnen. 45 Euro. 45 Euro. Dann natürlich den Sticker. Den ich über Skype bin. Ich weiß nicht. Vielleicht klebe ich den mir auf dem PC drauf. Dann natürlich der Aufkleber. Kostenlos. Gratis Beigabe. Natürlich sehr nice. Marvel Trainings Cards mit 1,95. Also, knappe 2 Euro. Dann sind wir bei 47 Euro. Computerbild, Zeitschrift. Marktpreis. Gratis. Wert 5,90 Euro. Also, es hat im Prinzip ziemlich gekostet. Wahrscheinlich eben, weil Computerbild wahrscheinlich ein bisschen was rausgehauen hat. Die werden wahrscheinlich auch mit geringen Absätzen hadern wahrscheinlich. Und natürlich das Assassin's Creed Kissen, das ich in der Plus-Version habe, mit nochmal 12,95 macht nochmal so 13 Euro. Das heißt, wir sind im Prinzip bei einem Gesamtwert von etwa 70 Euro. Wenn es mich nicht täuscht, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und natürlich die übliche Werbung steht natürlich da drin. Ja. Ja, meine lieben Freunde. Das war die Luchest vom Mai 2017. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Und ich konnte euch einen guten Einblick in die Luchest geben. Wenn ihr euch die Luchest besorgen werdet. Die Plus-Version kostet, glaube ich. Boah, ich lasse mich nicht lügen. Ich glaube, 25 Euro im Monat. 25 Euro im Monat. Sind auf jeden Fall immer ganz nette Sachen dabei. Und ich sage jetzt mal immer, so ein T-Shirt ist auch immer eine tolle Sache. Auch gerade so ein Glas. Also wer auf nerdige Sachen steht oder sowas gebrauchen kann, der ist immer gut damit bedient, sage ich jetzt mal. Und sonstige tolle Sachen sind eigentlich auch immer dabei. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Und das ist 25 Euro. Das kann man sich mal gönnen, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt einen Einjahresvertrag. Und das ist natürlich richtig nice. Ich möchte natürlich, das ist jetzt keine Produktplatzierung oder sonst auf irgendeine Art und Weise. Ja, ich kriege kein Geld dafür oder werde dafür bezahlt. Ich muss auch dafür zahlen. Also ich zahle auch 25 Euro im Monat. Ein Jahr lang. Voll durch. Also. Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das wäre richtig nice. Wenn ihr keine weiteren Folge verpassen wollt, dann wäre ein Abbaudemont natürlich richtig nice. Dann unterstützt ihr meinen Kanal. Das wäre richtig toll. Dann sehe ich, dass mein Content auch noch angenehm ist. Nice wäre es, wenn ihr meine anderen Videos abchecken könnt. Hier und 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 hier. Und natürlich hier wird mein... Oder hier. Hier. Hier wird mein tolles Logo sein von meinem Kanal. Da könnt ihr mich abonnieren. Das wäre richtig nice. Einfach da drauf klicken und könnt ihr mich abonnieren. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und vielleicht zu einer Runde Battlegrounds. Battlegrounds? Ja, Battlegrounds. Ach mein Gott. Battlegrounds. Oder zu einer Runde Prey. Oder zu einer Runde Horizon Zero Dawn. Es ist viel auf meinem Kanal geboten. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Hau rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.